ja meins läuft ja auch von mir gegrüßt hallo youtuber und ja wir spielen heute in der welt jetzt sagt ja das recht ja gut dann komme ich mal rein weil beim letzten teil hier hatten wir noch die hexe und das hat sich ein bisschen verändert nein ich bin gerade rausgeflogen am besten keine musik weil du bist ja warum aber du bist schon dass das video dann wieder gesperrt wird nein deswegen sagte ich das deswegen okay wir haben gerade ein schles minecraft problem am besten keine musik anmachen weil du willst doch 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 wirklich keine musik wer lassen wer lesen kann das klaren vorteil naja ok dann müssen wir in verschiedenen räumen das machen weil mein video also ich will dass mein video auf youtube funktioniert alter ich sag dir wenn das video dann gesperrt wird wegen bios sounds dann ist es deine schuld calvin aber ohne musik dann ok dann gehe ich mal heiß 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 oh äh stimmt er ist ja kreativ Nur mal damit ihr wisst, Leute, ich bin da jetzt, ich zeig jetzt gerade meinen Turm, ich habe leider keinen gesehen, der reingeschrieben hat, ich möchte den Turm sehen, aber hier oben ist es, aussieht ganz, da oben läuft uns schon nochmal typisch, ich weiß nicht, wer das ist, ja, weiter, so, oh, okay, da unten ist Gas, hier ist, da ist der Turm, da wurden auch ein paar kleine Änderungen vorgenommen und wir laufen jetzt einfach, schön zum Topi Tower, alter, naja, ganz leise können wir ja Musik anmachen, aber nicht so laut, man, ich habe irgendwie Bock im Überleben, alter, okay, dann, ich geh schon mal raus, oh, ich wurde gerade sogar so rausgeschmissen, Ja, wir mussten ganz kurz mal Änderungen vorführen, weil mein Turm ja interstört wurde, die Lohren sind interstört und da gefahren ich mir auch vom Turm und dadurch musste ich das ganz streng Ah, okay, ah ja, okay, du bist ja schon dran Oh, Mann, das leckte mal so, wenn du reinkommst Ja, ey, Entschuldigung, ey, entschuldigung, dass ich geboren bin, ey Äh, irgendwie hab ich, irgendwie ist mein, ach, ah, nee, schon gut, hier ist ja mein Turm und Tobi Tower Äh, komm mal mit, Tobias Wohin? Äh, Tobi Und? Ich hab was vorbereitet Was hast du denn für Sachen an? Die, ja? Genau, Leute, ich hab ein neues Skin geprägt, ich hab das noch nicht gelernt Ähm, ich hab einen richtig coolen Skin, den werd ich auch jetzt für immer behalten Weil ich war ja auf Skinsuche Naja, gut, die, die den Skin cool finden, schreib's mal in die Kommentare Also, nee, also ist mir scheißegal, ich behalte ihn so oder so Oh nein, scheiße, ich hab Angst, dass ich die in die Lava falle, ne? Ja Weil ich bin nicht in die Lava falle, ne? Okay, hm? Oh, ich hab's überlebt Okay Okay, hoffentlich fliege ich jetzt da nicht rein Weil, hoffentlich fliege ich jetzt da nicht rein Und die Montajag wird natürlich weitergemacht, heute Wolltest du etwa grad aufmachen? Nein, natürlich Okay, ähm, dann geh vor, ist dein Haus Achso Naja, du, du wolltest mir doch Erstmal komm mit Erstmal komm mit Erstmal komm mit Ähm, hat sie am Gefängnis irgendwas verändert? So, du gehst noch da rein Hey Du gehst da rein Ich hab gar nichts gemacht So, dann bleibst du jetzt Tschüssi Ey, du Äh Alter, ich hab mir mein Nilschwert, Junge Oh mein Herz lang Leute, weil ich komm mit dem Sand weg Hm? Tschüssi Tschau Du stehst nicht Alter, wenn du die abbaust Lass es zu mir Mann Ah, nein Nein, Alter Was bist du für inna? Ey Das sieht gar nicht aus Äh, 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 äh Jetzt wird deine Mucke in der Nachte Ich raste hier gleich total aus Irgendein Zeichen von oben, von Himmel Hallo Oh, danke Äh, was? Halt da weh, ich war ja gerade wieder drin Äh, wo sind jetzt? Achso Das sind drei Druckplatten Hab ich vergessen Okay, äh, dann warte mal Der läuft schon wieder von alleine Tobi Bei wer? Ja, dann viel Spaß Dass Sally teils mir gerade nirgendwo Hey, komm Eigentlich Wär es mal eine interessante Sache Wo mal, ähm, mein Kater Tommi abgeblieben ist Hier, hier rein, hier Guck mal da rein Da oben oder unten? Gut Ja, warte, Mann Ey, ja, Lisa, Marie hat gerade geschrieben Du darfst dir die obere rausnehmen Okay, danke Hast du Äpfel und alles? Ähm, nein Warum? Oder ich glotz mal Nein, nur Goldöpfel Ja, reicht doch Was sind da Äpfel? Ich hab, ich hab Schuhe mit, äh, mit Federung Also mit Federvoll Ah, gut Schuhe? Ja Ah, ähm, also kannst du dann besser Run and Jump spielen Naja, also, äh, also ich nenne es immer Run and Jump Ja, bin durchgekommen Ohne die Klappen zuzumachen, bin ich ja gerade durchgekommen Ja, bin ich auch Ja Ja, also, naja, also ist das ein bisschen sinnlos Wenn man da die Klappen offen lässt Die Monster, die wissen das Ach, 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 schon mal die Monster, die können ja nicht, ähm, ja Ähm, nein, nein, ähm, ich dachte, das ist wegen den, ähm, anderen Leuten, die dann hier bei den Zorber spielen Wenn die überhaupt welche spielen Ja, okay Okay, also letztens hab ich durchgespielt und da hat's geklappt Ach, ich wundere, ähm, ich mach mal Friedenstufe auf vier jetzt Ja, Leute, es hat geklappt Au, naja, ich Äh, ich spring jetzt einfach mal hier runter Mal gucken, ob ich jetzt Schambekommen Alter, ich hab ein, ein halbes Herz Äh, ist das so? Nein, ich möchte nicht den Tornen Ah, lieber Ich hab gerade mal ein halbes Herz abbekommen Wo bist denn du? Wo bist du? Naja, ich bin gerade in der Nähe von der Hängebrücke Doch Hä Ey, was willst du da? Hier? Nicht, warum? Was willst du da? Deine Mutter Alter, komm zurück Komm zurück Was hast du? Komm zurück, hab ich gesagt Ja, was ist Alter, warte Was hast du gerade zu mir gesagt? Was hast du zu mir gesagt? Was hast du zu mir gesagt? Du warst schon wieder die Bessere, oder? Schön für dich Ja Alter, Alter Hilfe, Hilfe Ich brenne, Hilfe Alter, Alter, nicht abschießen Nicht abschießen, hab ich gesagt Alter, nicht abschießen, nicht abschießen Alter, nicht abschießen Alter, nicht abschießen Gehe ich mit mir an? Doch, lege ich mich aber Ja, komm, dann komm zurück Ja Okay, komm, lass mich was sein Komm jetzt Lass gut sein, okay Bitte Mann, wegen dir Reaktion Riechen sie meine Herzen nicht mehr Da ist ich Gold dafür Geht nicht Warum? Ich hab keine Ich hab keinen Goldäpfel Alter, sag mal Wehe, Alter Wehe Ich sag dir Wehe Wo, wo bist du? Du Sneak Alter, hör auf Okay, komm Lass gut sein Alter, ich nehm Alter, einen Schuss noch Und dann aufhören So, das Okay, wir sind quit Alter, noch einen Schuss Und ich bin tot, Alter Noch, noch, noch Noch einen Schuss Und ich bin tot, Alter Noch einen Schuss, Alter Und ich bin tot Ich muss einen Goldäpfel essen Wow Schon aufgefüllt Hast du den extra nehmen? Ja, zwei Alter, hör auf Ich hab den nur mit dem Goldäpfel geschlagen Okay, dann schleich ich um mit dem Goldäpfel So Hat mir nichts abgezogen Doch, hat Nein, hat nicht, okay Okay Okay, okay, gut, dann zeig Warte Letzte Äh, das hat gar nichts abgezogen Ja, ja, ja Ich hab mit dem Schwert gehauen Ja, ja Ja, ja Mit dem Schwert Und das zieht gar nichts ab Hä? Ja, kannst du meine Aufnahmen Kannst du meine Aufnahmen dann angucken? Dann auch Komm hier zugegen Alter Mann Ey, ey, entschuldigung Wenn ich mal da den Hebel betätigen würde Würde, Alter Junge, dann wärst du aber halt komplett tot Äh, nicht ganz Doch Viel Ausrüstung versteckt Überall in meinem Haus, ne? Ja, ja, ja Wo bist du? Hier Komm, kommst du mal raus aus meinem Haus, bitte? Klar, ich warte kurz Ah, hier ist auch nichts passen Achso, das hast du geändert Geh raus! Alter, wenn du mich noch einmal schlägst Du bist aufgel gegangen Du, dann geh raus Ich hab dir gesagt, dass du rausgehen sollst Mann Ich behalte dich im Auge Ich stehe dann schon recht Mit dem Fernseher Äh, mit dem Bogen Achso Ich, glaub ich, mehr Wo bist du? Wo bist du? Du sneakst und hast ein Ja, ich bin bei der Schweine Ja, ja Ja, bin ich Bist du gar nicht Doch Zeig Irgendwie kann man jetzt hier nicht rein Bist du gar nicht Doch Nein, bist du nicht Alter Du hast dich da oben Ja, okay, sieh ich mir Komm her Hier, hier, sieh ich mir Komm Ja, okay, jetzt ist es Ja, das ist gerecht So Also, das ist gerecht, weil du einen stärkeren Bogen hast Also ist das gerecht Alter Du hast mich zweimal abgeschossen Jetzt ist es gerecht Nein Nein Das bedeutet Krieg Willst du wirklich Krieg haben? Willst du sterben? Nein, du willst sterben Wohl, meinst du Ich hab mir jetzt ein Schwert vielleicht Ja, ja Ähm, hier, ähm Okay, was hast du bei einem Schwert? Bei einem Schwert hab ich Rückstoß 2 Verbrennung 2 Und Schärfe Äh, warte mal War ich Schärfe oder Schärfe 3 Ich hab Rückstoß 2 Schärfe 3 Und Verbrennung 1 Du hast Verbrennung 1 Ja Zeig Guck mal, dass ich Verbrennung 1 Guck Warte Hallo So Ah, ja, ja Verbrennung 1 Ja, doch Hä, das hast du auch gerade gesehen, Alter Ich lüg nicht Ich lüg nicht, du lügst Leute, die bei mir jetzt sind Guck mal, du dir jetzt Aufnahmen an Da siehst du, dass da keine Verbrennung ist Doch Also Die, die meine Aufnahme gesehen haben Gehen Bock Ich, ähm, ähm Also ich geh von Wachtturm aus Also von Turm aus jagen Hab ich dir erlaubt, dass du da hochsachst? Ja, hast du Tobias Ja, hast du Hallo Mann, aber Der Oma hat mal einen besseren Überblick Zum Jagen Doch, hast du Ah Cool, ne Nutsche Alter, ey Warum hast du mir nicht gleich gesagt? Das gibt keinen Ärger Und übrigens, warum funktioniert die Tür nicht? Weil die immer noch offen bleiben soll So wie immer Nein War ein bisschen sinnlos Die bleibt offen Ich hab, ich hab übrigens Schwierigkeit mit Stufe 4, ne? Also wenn du da einfach so rumlaust Pfff Ja Das Hier, guck dir Guck nach da Ja, ich will, dass Schwierigkeit mit Stufe 4 hat Ey, ähm Das ist mir so wie Egal, ich kann Alter Wow, ein Tommy mit Goldrussung, geil Ah, hier ist der Creeper Ah, Creeper Oh, scheiße Tommy mit Goldrussung, cool Nö, tu ich nicht Ich stelle mich vor die Zombies Und Co Wo ist denn der jetzt? Ach da So Ja